willkommen zu einer neuen folge des sockelkast und ich habe vergessen welche nummer wir haben weil es einfach wieder so lange her ist wie ihr mich kennt es ist wieder eine weile her deswegen spiel ich mal nach es müsste folge 32 jetzt sein und ja es ging mal wieder ein paar wochen in die in die sagt man also in die gänge in die länge auf jeden fall ist es eine weile her und ja es ist auch viel passiert und weswegen es bei mir auch ein bisschen gedauert hat dass dieser podcast auch aufgenommen werden kann ja ich beim urlaub unter anderem und ich muss bei mir ein bisschen umstrukturieren und wie es im titel wohl lesen könnt der podcast folge ja ich habe mit magic the gathering angefangen und der grund warum ist ganz einfach der grund ist das hier also die die es nicht sehen können es ist der herr der ringe geschichten aus mittelerde das set es hat es hat also es hat für magic hat es der herr der ringe gebraucht dass ich mich dazu bequemt habe weil damit anzufangen und es mir anzuschauen und was soll ich sagen man ich bin dem ding voll verfallen es macht unglaublich spaß magic zu spielen und ist so unglaublich cool und ich freue mich jedes mal und ich bin so halb jetzt magic zu spielen weil es einfach ultra viel spaß macht ich habe man wird es wohl nicht gerne hören aber ich habe den großteil meiner yoyo karten in den keller verbannt einfach weil ich gesagt habe ja hier yoyo ist jetzt nicht mehr thema für mich zurzeit und raschstuhl wird jetzt auch immer weniger weil es einfach ja es gibt einfach die community ist nicht groß genug ich meine ich habe terrasstuhl an der hand mit dem kann ich mich ab und zu mal treffen ab und zu mal zocken aber ja das ist halt nicht die die intention dahinter und es ist einfach ein bisschen frustrierend wenn einfach keiner bock drauf hat und ich der einzige bin der hier rum dümpelt und ja da bleibt das auf der strecke deswegen werde ich da jetzt auch immer weniger machen ich habe zwar noch was zum öffnen ich habe auch videos vorbereitet und so da kommt noch was aber generell wird dazu immer weniger kommen und ja ich habe einfach zu viel interessen und muss mich jetzt da wieder neu sortieren neu formieren und schauen in welche richtung das ganze gehen wird hier auf dem youtube kanal mit dem podcast also podcast wird eigentlich immer wieder ablaufen und ich versuche es echt regelmäßiger zu machen ist halt nicht so einfach ich habe einfach viel zu viel um die ohren und ja es ist schwierig aber ich kriege das schon irgendwie hin also ich gebe mir echt viel mühe das ganze ding hier am laufen zu halten und ja das sind so die news wo weiß zum beispiel die letzten paar wochen also ich war ja im urlaub und so weiter da war ich nicht zu hause also ging keine aufnahmen und so weiter deswegen ich hatte auch keine zeit was vor zu produzieren und deswegen ja ging das alles ein wenig auf der strecke dann war ich auf der dokomi für den der es nicht weiß die dokomi ist eine anime cosplay fanmesse sozusagen eigentlich schon ein riesen ding geworden und ja da war ich mit meinem partner lud und ich war dafür lud unterwegs und das war richtig cool und ich war auch in meinem allerersten cosplay eigentlich in zwei ich war einmal aus dem neuen spider-man film der spider-man mit dem baby also der peter parker mit dem baby das ist es ist der erste peter parker aus dem ersten into the spider-verse film und jetzt ist halt voll chillig der hat halt so ein bademantel an und schlappen und ein baby umgeschnallt und da dachte ich mir alter das kann ich machen das sieht einfach aus und habe ich gemacht und ich habe spiderman im son goku kostüm gemacht das heißt ich war als spiderman auf der dokomi im son goku kostüm das war auch ultra witzig und kam auch echt gut an und war ja war ich cool also die erfahrung als cosplayer ist echt was neues und ja ich bin mal gespannt wie oft ich das ding tragen werde und was für cosplays noch in der zukunft kommen werden aber ja da war ich auf der dokomi das war richtig cool und kurz vorher habe ich dann mit magic angefangen und ich sage euch es ist so unglaublich cool ich habe riesen 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 spaß mit magic the gathering erstens ist es klar es ist ein neues tcg es macht spaß und ja ich muss jetzt noch mehr einschränken ich bin jetzt auch dabei meine sealed yugioh collection zu verkaufen um ja magic the gathering zu refinanzieren und da habe ich einiges auf ebay kleinanzeigen reingestellt und ich hoffe ich krieg das irgendwie los sind einige displays zum beispiel ghost from the past das erste und das zweite alles in first edition und andere displays auch japanische sachen und koreanische sachen und ja da bin ich mal gespannt ob ich das zeug los werde natürlich zu einem vernünftigen preis und nicht einfach hinterher geschmissen also mich haben schon leute angeschrieben und gesagt das und das ist zu teuer und ich habe gesagt guck mal im internet nach ich bin der günstigste das gerade anbietet ich bin schon zehn euro unter all dem was die anderen wollen und ich kann nicht noch arg viel runter gehen weil sonst bin ich unter dem einkaufswert was ich gezeigt habe und das möchte ich natürlich auch nicht das war auch keine leichte entscheidung mich dazu zu bewegen einfach zu sagen okay ich löse jetzt meine sie collection auch aber ich habe einfach nicht mehr so viel spaß mit die wioh und deswegen muss ich da ein bisschen kürzer treten ein bisschen zurück rudern ja ich habe kein konzept deswegen ist es ein bisschen durcheinander aber ich hoffe es macht es ergibt trotzdem sind genau und jetzt versuchen natürlich der herr der ringe magic the gathering zu refinanzieren und das richtig coole ist auch es gibt magic the gathering arena das heißt ich kann immer und überall magic the gathering spielen und es ist so cool macht so viel spaß ich habe auch viele freunde gehuckt und auch viele die monst spieler also auch von meinen locals mit denen ich digimon spiele spielt auch magic das heißt doppelter gewinn für mich erst wenn ich samstags locals gehe spiel ich als digimon und wenn das vorbei ist spielen wir erstmal eine runde magic und bisher habe ich nur also zwei formate gesehen das eine format weiß ich wie es heißt bei dem anderen bin ich mir noch gar nicht sicher was das für ein format ist es gibt unglaublich viele magic the gathering formate die man spielen kann das was ich mit den digimon kollegen gespielt habe war commander das heißt man hat ein 100 karten deck und eine karte von den 100 karten ist der commander und um den baut man dann dieses ganze deck und was das besondere an dem an dem spielsystem ist einfach man hat halt 100 verschiedene kann nicht die gleichen kann sondern verschiedene karten man hat keine kreatur zweimal im deck außer die sagt ich jetzt weiß ich halt nicht die lücke müsste man mal bei mir füllen außer man sagt auf der karte steht du kannst mehr als eine kreatur davon im deck haben oder mehr als vier oder bis zu neun wie bei den nazgul da bin ich mir nicht sicher ob die auch im commander deck dann auch neun mal drin sein dürfen wäre natürlich ultra krass da würde ich mir so ein nazgul commander deck bauen ja und es hat riesen riesen spaß gemacht ich habe dann leute eingeladen natürlich meine kollegen die immer kollegen aber terror war auch zu besuch da wir haben dann ein bisschen rasch gespielt und dann kamen die kollegen nach und dann haben wir eine runde zu viert und das ist ja das richtig coole man kann magic zu viert spielen dann haben wir magic gespielt und das war ultra cool ich habe das herr der ringe oh gott lass mich nicht lügen ich habe hier mein commander deck wenn man mein commander ich hatte mir in mir eowen shield meid gespielt also ein herr der ringe commander deck das rohan reiter von rohan commander deck habe ich gespielt im ersten game und es war ultra ultra nice denn wir haben zu viel gespielt was bei commander echt cool ist und die erste runde also der eine oder andere wird sagen okay das ist lang aber ich bin sehr sehr ich soll ich sagen sehr sehr leidenschaftlicher brettspiele spieler deswegen kann man das nicht so lang vor wir haben dreieinhalb stunden die erste runde gespielt commander mir kam es vor wie eine partie brettspiel und das ist halt das was ich richtig nice find an magic also vor allem an commander es ist wie ein brettspiel das man spielt mit mehreren leuten weil man es mit mehreren leuten gleichzeitig spielen kann und das ist ultra ultra nice magic mit einfach mehr als einem gegner spielen zu können sondern einfach mit drei gegner und ja das war halt ultra cool und die die partie ging auch so lange es lag halt an der regel die wir uns selber gegeben haben also als hausregel sozusagen hey was ist denn wenn jetzt spieler a angegriffen wird von spieler c aber spieler b blocken möchte also den angriff blocken möchte darf er das dann oder nicht und wir haben halt gesagt ja gut wenn du selber einen vorteil dadurch hast keine ahnung warum aber wenn du jemand schützen willst dann tut das einfach und so ist das ganze entstanden und wir haben uns gegenseitig geschützt niemand wollte angreifen und das war halt ultra witzig und dann ging die stunde dran hat die runde dreieinhalb stunden es war echt ein riesen riesen spaß und teilweise haben da die leute solche big brain moves ich sag immer big brain muss ich weiß auch nicht ich glaube ich bin der einzige der so was sagt aber die haben so big brain moves rausgeballert was was das zeug hält und du sitzt da dran und denkst du so what what wie was wo wo kommt das jetzt her und ja es hat einen riesen 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 spaß gemacht und da habe ich mich sehr sehr gefreut drüber und da bin ich auch mal gespannt wie das in zukunft noch so weiter laufen wird weil ich habe ein paar magic spieler freunde um die hier in der gegend und so weiter kennengelernt der eine spielt nur arena der andere spielt nur mit 60 kartendecks und da gibt es ja auch verschiedene formate da hat er mir auch noch nicht gesagt welches format er spielt und es gibt der commander ich habe halt leute für alles das heißt ich kann immer magic spielen egal wie jetzt fangen meine augen an zu jucken aber es liegt auch daran ich nehme gerade um 3.30 morgens auf nämlich nachtschicht diese woche und muss irgendwie erstmal die erste nacht bevor ich arbeiten gehe in den rhythmus kommen deswegen bleibe ich lange wach und ja bis vor kurzem habe ich noch also bis bevor die aufnahme startet habe ich noch musik produziert denn ich habe garish band auf meinem ipad für mich entdeckt und mache jetzt neue musik für meinen youtube kanal für den podcast vielleicht neues intro und für meine opening videos genau deswegen bin ich da sehr kreativ gerade und das frisst ziemlich viel zeit aber es macht riesen spaß und das kommt oder das macht eine perfekte überleitung zu meinem nächsten thema opening videos die werden jetzt auch ein bisschen weniger auf meinem kanal werden ich habe zwar noch zeug da aber ich werde mir immer weniger kaufen liegt einfach daran dass wie immer das geld knapp ist deswegen muss ich ja auch jetzt mein yugio kram verkaufen so langsam aber sicher und meine interessen gehen einfach davon weg also ich wenn ich mal so nachschau wie oft meine opening videos angeschaut werden da ist es echt wenig und klar ich mache das hier zum spaß und so aber wenn ich merke okay es interessiert einfach kein was ich mache ist ein bisschen schade also muss ich umstrukturieren und ich überlege noch was ich mache und wie ich es mache vielleicht ein bisschen mehr magic gathering arena gameplay oder so oder keine ahnung ich will jetzt auch ein bisschen so gamplar ich sitze hier hier nein hier im hintergrund da stehen auch ein paar gamplar sachen da ein bisschen speed build videos hochladen von meinen streams wo ich gebaut habe und dazu brauche ich natürlich auch neue musik und da bin ich einfach dran und ich weiß auch nicht wie es in zukunft weitergehen wird und wie alles weitergehen wird der podcast bleibt bestehen es gibt immer äh zeug zu quatschen ich habe mir auch unbenannt in ähm sockencast ein tcg und nerd stuff podcast oder so nerd stuff und vieles mehr oder so unbenannt einfach weil ich über mehr als nur tcg reden will und ich hoffe dem ein oder anderen gefällt das ähm eventuell passiert es auch dass das ist aber jetzt das blaue ich eventuell mal mit mitarbeiter aus dem kino reden werde die ähm mir geschichten erzählen was so in den deutschen kinos abgeht oder bei denen vor allem und was sie so alles erlebt haben schon für krasse geschichten denn als ich mit striker cosplay der ein oder andere kennt ihn durch meinen podcast unterwegs war ich war ja sein helferlein und er war im kino als spider-man äh als cosplayer und da habe ich mich mit jemandem auseinandergesetzt und hat er gesagt hey äh geschichten sind zu wert erzählt zu werden lass mal podcast machen und ja da bin ich mal gespannt was so passieren wird und ob das alles zustande kommt ihr seht es passiert viel um mich herum und ähm ja ich habe viel um die ohren viel arbeit zurzeit es gibt viel arbeit ich muss viele überstunden machen und komme eigentlich fast zu nichts was echt schade ist und ich nutze halt jede freisekunde für irgendwas kreatives ob sei es Videos schneiden Video hochladen streamen Podcasts aufnehmen Musik machen es ist gerade echt ziemlich viel los aber versuche alles unter einen Hut zu kriegen deswegen ja und ihr wisst ja solange es Spaß ist mache ich es wenn es in Arbeit ausartet dann überlege ich es mir nochmal aber es ist Spaß und es ist Arbeit aber die Arbeit mache ich gerne und deswegen bleibt das hier erhalten also ja genau und zu dem Thema Magic the Gathering habe ich auch bald jemand als Gast vielleicht schon in der nächsten Folge sehr wahrscheinlich wenn alles klappt habe ich nämlich morgen na warte mal wir haben jetzt so übermorgen die Aufnahme mit jemandem aus einem deutschen Magic the Gathering Podcast den ich rauf und runter gerade in der Arbeit höre also die haben schon fast 200 Folgen und da schaue ich gerade raus äh rein und der heißt Radio Raffnika der Podcast also wen es interessiert Magic dann hört da mal rein Radio Raffnika ziemlich coole Leute ich höre da gerne rein und ich habe jetzt von vorne angefangen das heißt es ist noch von vor vier Jahren und höre mich da rein aber es gibt so viel was ich noch nicht verstehe wenn die mit ihren Insider Begriffen kommen und den ganzen Spieleformate die es so gibt äh da habe ich echt keinen Plan ich blicke da nicht durch und ich hoffe dass mir da dann einige Fragen und vielleicht hat der ein oder andere andere hier der den Podcast auch die Fragen erklärt bekommt äh was es für Formate gibt was das und der Begriff bedeutet und was ähm genau auf was ich achten muss was ist gut für ein Einstieg und so weiter jetzt muss ich auch noch gehen ist halt schon spät und ich nehme kein Koffein mehr zu mir deswegen äh ja werde ich müde aber ich nehme gerne für euch auf genau ich will auch wieder ein paar Gäste haben ich suche immer wieder Gäste für meinen Podcast das heißt wenn ihr über TCG oder irgendeinen anderen Stuff reden wollt hey schreibt mich an yukisocke at gmail.com eigentlich kriegt ihr 10.000 Sachen wie ihr mich kontaktieren könnt E-Mail wäre am leichtesten weil dann kann ich euch auch zurückschreiben wenn ihr hier unter mit dem Podcast in der Podcast App oder sowas schreibt schwierig äh in YouTube kann ich euch auch noch erreichen also ja dann gebt mir einfach am besten Bescheid und äh ja schreibt mir einfach eure Fragen äh eure eure Fragen was sag ich da äh sagt mir einfach eure Kontaktdaten und über welches Thema ihr mit mir quatschen wollt und dann können wir das arrangieren ich hatte auch schon mit jemand äh was versucht zu arrangieren aber leider hat es ein bisschen ist es ein bisschen zeitlich gescheitert und dann Internetprobleme und so weiter und so fort also genau da bin ich auch dran es wird es wird Sachen kommen und ja ich werde mich echt reinknien und ja das ist gerade so das Ding also das neue Digimon Set X04 steht an ist schon raus bei mir noch nicht angekommen dauert auch noch aber da mache ich auch wieder ein Video zu und ja äh in Zukunft kommen auch bald mehr Deckprofiles von mir weil ich einfach sage ich kann nicht mehr nur Karten aufmachen ich muss auch ein bisschen was anderes machen ich will auch was anderes machen und vielleicht auch mehr Gameplay wie gesagt ich bin ja echt dran und versuche da alles unter einen Hut zu kriegen und ich brauche auch Spieler die sagen okay ich komme vor die Kamera und wir machen irgendwie Remote Duell oder irgendwie sowas in der Art und Weise und dann geht das schon klar also da bin ich dran und da versuche ich versuche ich noch die Leute ranzukriegen alles zu machen ihr seht es ist riesen Baustelle bei mir und die Folge wird jetzt wohl nicht mehr allzu lang gehen weil ich kein richtiges Thema habe außer das was gerade ansteht und es steht sehr viel an ich habe viel um die Ohren und muss noch aussortieren und schauen ähm ob Karten noch was wert sind ich muss einfach jetzt ein bisschen wieder Kohle gut machen indem ich Sachen verkaufe und ja das ist gerade mein Ding mehr habe ich nichts zu sagen gerade außer äh wenn ihr noch nie mit Magic gespielt habt schaut es euch an es macht riesen Spaß ist sehr erfrischend und ja ich habe sehr viel Spaß mit Magic sehr sehr viel Spaß mit Magic und ich bin immer heißer auf eine neue Runde ich kriege auch aufs Maul so ist er nicht ich habe ja auch wenig Ahnung ich baue zwar Decks und so weiter und die funktionieren so halbwegs aber ja ich habe noch viel vor mir und es ist ein riesen 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 Spaß für mich ich werde jetzt ähm schon also wir sind jetzt schon am Ende weil einfach kein Thema da ist ich wollte euch einfach ein kleines Update geben und euch mitteilen dass ich jetzt Magic spiele und ja da wird jetzt mehr kommen und mal schauen wie es so weiter geht hier auf dem Kanal generell wie das alles hier weiter geht aber der Sockencast bleibt bestehen ich werde immer wieder Themen finden und wir werden immer reden und ich versuche das echt regelmäßig regelmäßiger zu machen am besten wochenmäßig was echt schwierig ist aber ja ich versuche wenigstens alle zwei Wochen eine Folge hochzuladen einfach damit es wieder regelmäßiger ist das war mal eine kurze Zeit regelmäßig jetzt ist es nicht wie regelmäßig ja ich muss noch meinen Group finden aber das kriegen wir schon in diesem Sinne Leute es war nur ein kleines Update Video ich hoffe es hat euch gefallen ich hoffe ihr konntet was mitnehmen ich hoffe ich habe euch Bock auf Magic gemacht denn die Herr der Ringe Karten sind ultra nice und ja in diesem Sinne Leute vielen Dank fürs Reinschauen vielen Dank fürs Reinhören lasst eure Liebe in Art von Kommentare oder so da dass ich einfach ein bisschen was habe mit dem ich arbeiten kann wenn ihr Fragen Anregungen habt lasst es mich wissen wenn ihr Bock habt auf eine Folge Podcast mit mir einfach ein bisschen quatschen über DCG oder irgendwas anderes dann meldet euch bei mir wir quatschen und ich lade euch gerne ein ihr seid alle gerne als Gäste willkommen und ja das war es eigentlich schon in diesem Sinne Leute vielen Dank fürs Reinhören vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal Ciao und bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.